Ja, herzlich willkommen zur 13. Folge Gegenwart und Zukunft. Ja, ich darf mich heute ganz besonders auf die Steffi freuen, die als Stellasoul bei YouTube bekannt ist. Hallo Steffi. Ja, hi, grüß dich Alexander. Ja, Steffi, freut mich, dass du ja den Weg auf meinen jungen Podcast gefunden hast und ja, finde ich ganz toll. Ja, also ich habe mich mega gefreut über die Anfrage über deine E-Mail. Zum einen bin ich ja auch noch Podcast-Newbie, ja, und zum anderen kriege ich ja sonst, so häufig kriege ich keine Anfragen und deswegen, ey, supercool, danke. Ja, sehr nett. Ja, Steffi, bevor wir auf deinen Kanal eingehen, du bist ja auch bei YouTube als Heldin bekannt oder als Kameraschlumpf, wie man so schön sagt. Kannst du das Ganze mal so ein bisschen erst mal einordnen, sodass die Leute mal so ein Gefühl dafür kriegen, wer du bist und was du machst? Genau, wer bin ich eigentlich? Also ich mache sehr viel. Ich würde mich auch gar nicht als YouTuberin bezeichnen, das ist wirklich nur ein Teil. Ich bin, glaube ich, das erste Mal auf die Bildfläche gekommen, tatsächlich als Kameraschlumpf, da ich mit Held der Steine durch die Gegend gelaufen bin und Videos für ihn gedreht habe. Und da ich etwas kleiner bin als er, was gar nicht so schwierig ist, ich von unten gefilmt habe, hat diesen Begriff einfach jemand festgesetzt und dann war es geschehen. Ja, und genau, dann kam diese grausige Zeit, die da draußen passiert ist, wo ich mir dann gedacht habe, ja gut, dann kann ich jetzt auch in den Videos mitmachen. Ja, Thomas hatte zu Hause gedreht und wir arbeiten also nicht nur zusammen, sondern sind liiert. Und dann war er da und hat Lego gebaut und dann sitzt man natürlich zusammen und dann hat er eben auch Videos gemacht und dann kam ich da auch mal mit Gesicht rein. Und dann startete im Grunde meine Zweitkarriere als Creator, denn in meinem anderen Leben bin ich einfach so richtig spießig, die Frau von nebenan mit Job und Terminen und wie man sich das so vorstellt. Also du bist im, ja, im Hauptleben bist du angestellt. Thomas im Prinzip ist selbstständig, kann man sagen und dein YouTube-Kanal jetzt, also Stellasoul, das ist sozusagen, ja wie soll man sagen, neben Einkunft oder neben Projekt. Genau, also ich bin selbst auch selbstständig, also ich bin nicht angestellt, aber habe Kundenprojekte ganz regulär. Also ich biete Social Media Expertise an in allen Bereichen, also Online-Marketing, Produkte werden vermarktet, Menschen, Firmen, völlig egal. Und das ist mein selbstständiger Hauptjob und genau diese Sache mit YouTube, ich habe das ja dann auch ausgeweitet auf Twitch, auf Instagram. Ich würde sagen, das ist eine Kombination aus, ich wollte einfach selber mitspielen, wenn ich meinen Kunden erzähle, dass ich das bitte machen soll. Ja, also einfach auch, auch aus Erfahrung sprechen in dem Moment und auch selber Erfahrungen sammeln und ja klar zusätzlich durch Thomas, das kann ich natürlich nicht verleugnen, ist das, ist da eine kleine Reichweite zusammengekommen und die Leute haben sich das einfach auch gerne angeschaut, was ich gemacht habe und das motiviert natürlich dann auch selber in den Creator-Bereich einzusteigen. Du postest ja jetzt nicht wöchentlich, sondern du hast ja etwas größere Abstände bei deinen Videos. Ist das bewusst so gemacht, aufgrund deiner Haupttätigkeit oder würdest du auch gerne mehr machen? Ja, also es ist einfach geschuldet, glaube ich, durch meine Haupttätigkeit. Also YouTube, auch Twitch, macht mir unglaublich Spaß ja und auch ich kriege super gutes Feedback, also ich ziehe davon sehr viel, sehr viel Spaß und sehr viel Motivation raus. Aber ich muss sagen, es ist halt sehr zeitaufwendig und ich, wenn ich ein, ja wie soll ich sagen, wenn ich hier morgens jemanden hätte, das wie beim Sport, so ein Trainer, wenn ich morgens jemanden hätte, der sagt, komm Steff, jetzt drehen wir noch mal eine eine Stunde Video, dann würde ich viel häufiger posten, aber das lässt sich so ganz schwierig aktuell in den Alltag einbringen. Und so habe ich, weil ich zwei wahnsinnig große Projekte angenommen habe, ab März, nee April, habe ich dann quasi eine Schaffenspause gemacht und würde da einfach wieder einsteigen, wenn sich das ändert. Also es ist ja einfach die Schöne daran, flexibel bleiben zu können. Du machst alles selbst, also ihr, oder ihr, ihr schneidet selbst, du, du stellst die Kamera selber auf, du hast die Software dafür oder hast du da mittlerweile auch jemanden externen für? Jein, also wir haben, möchte ich mal sagen, ein Helferlein, der mit uns auch Videos dreht. Das nutze ich selten. Das kann man bei Thomas auch ganz selten sehen. Der macht ja auch alles selber, wenn es mal nach draußen geht. Also sobald quasi Thomas sein Studio verlässt oder bei mir dann auch, wenn es sehr aufwendig wird. Ja. Na dann, dann brauche ich jemanden, der filmt. Und vor allem, wenn ich auch der Protagonist sein soll. Ich kann ja nicht gleichzeitig irgendwo filmen, mich und auf die Kamera achten. Das ist viel zu schwierig. Da braucht man wirklich dreimal so lang, finde ich. Aber ich bin auch kein Profi. Und schneiden, darin bin ich super schlecht. Ich brauche wirklich einen Tag, bis ich mal drei Szenen so habe, dass ich sage, annehmbar. Und dann bin ich auch da ganz gerne. Habe ich drauf zurückgegriffen. Ich habe mir natürlich von Thomas etwas abgeschaut, wenn ich Klemmbausteine vorstelle, dass ich das in One Take mache. Ja, klar. Und dann ist hier Studio und dann meine Kamera und dann gibt es immer mal wen, der drunter schreibt, ach, der Ton oder das Bild, die waren jetzt mal gar nichts, wo ich denke, ja, ging nicht besser. Aber gut, man hört ja dann auch so ein bisschen drauf und wächst ja auch ein bisschen dran wahrscheinlich. Ja, ja, total, total. Und man hat auch andere Ansprüche, muss ich sagen. Also so am Anfang ist es, finde ich, noch egal. Und plötzlich fällt einem auf, ach, das hätte besser gehen können. Das ist das mal blöd, so auf dem Weg unterwegs oder so. Da hätte man dieses Take, hätte man noch machen müssen. Und wenn dann niemand dabei ist, dann ist es noch schlimmer. Weil dann vergisst man die Hälfte. Ja. Und jetzt gibt es ja noch eine Rolle im Prinzip, du mit im Lego-Laden. Genau. Das ist dann aber wirklich nur Hobby. Du hilfst also nur dort. Genau. In Anführungsstrichen. Genau. Also wir haben uns jetzt da so ein bisschen drauf geeinigt. Wir haben auch vorher ja zusammen gebaut, so wirklich aus dem hellen Studio, wenn man so möchte. Das ist wirklich der größte Spaßfaktor. Aber das ist ein reines Hobby. Dann sitzt man da. Also für Thomas natürlich nicht. Das ist ja sein YouTube-Kanal. Aber ich sitze dann da daneben und mache das wirklich, weil ich es gerne mache. Weil ich auch gerne mit der Community irgendwo zusammen bin. Weil ich dann in dem Chat mit drin bin. Und natürlich baue ich auch gerne Klimbausteine. Und im Laden ist es so, dass ich Thomas natürlich da, ich möchte jetzt mal sagen, unterstütze. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die gute Arbeitskraft bin. Oder vielleicht nicht nur einfach, dass man nicht alleine da steht. Ja. Also dass wir einfach eine gute Zeit haben an dem Tag. Und das ist ja Samstag einmal im Monat. Also es hält sich ja auch echt in Grenzen. Ja. Ja. Und sagen wir mal, da wäre jetzt was anderes an diesem Tag, was ich nicht verschieben kann. Oder meinetwegen, man fühlt sich mal nicht wohl. Dann wäre das jetzt nicht schlimm. Ja. Da würde ich jetzt nicht meinen Job an Nagel hängen, sondern einfach sagen, okay, bin ich heute nicht dabei. Wobei man aber auch sagen muss, da ist ja auch unfassbar viel los. Weil also manche können sich es vielleicht auch gar nicht so vorstellen. Es ist ja nicht so, dass da zehn Leute bei euch stehen. Nein. Das ist, also es ist vollkommen absurd. Und ich kann mir das immer noch nicht erklären, dass, ja, die Leute stehen ja halt auch wirklich sehr, sehr lange an. Und man hat dann schon auch ein, vielleicht kann ich das nicht sagen, Verantwortungsgefühl ist, glaube ich, jetzt das falsche Wort. Aber ich will ja dann auch dabei sein. Und den Leuten auch ein gutes Gefühl geben und sagen, hey, ich bin auch extra für euch da. Ja, also ihr seid lange angestanden und natürlich wollen die Thomas sehen. Aber es gibt auch wirklich viele, die dann happy sind, dass ich auch dabei bin. Und das gibt mir wieder ein gutes Gefühl. Die Leute freuen sich. Und die, die sich gar nicht für mich interessieren, dann kann ich wenigstens mal eine Tasse reichen. Ja. Also es ist ja, es ist ja so, ihr seid zusammen. Es ist euer Ding in Anführungsstrichen. Ihr lebt zusammen. Und deswegen ist es ja auch ein Teil von dir, das Ganze, so gesehen. Absolut, absolut. Also wir sind nicht wie andere Paare das machen, so klassisch. Also jeder, jeder hat halt seinen Job und abends trifft man sich, sondern wir sind extrem vernetzt mit allem. Also ich möchte auch fast sagen, dass wir, also ich mache, ich übernehme Thomas Kommunikation, ja, weil, weil der kann einfach nicht auf seinen, seinen Kanälen Videos posten und bauen und gleichzeitig irgendwie 100 E-Mails am Tag. Das geht gar nicht. Nee, ist unmöglich. Genau. Und dann möchte ich ja sagen, wir sind schon auch in Dauerkontakt. Also das ist schon alles zusammen sehr vermischt. Ja, das ist kaum, ich weiß gar nicht, wo wir da die Grenze ziehen oder nicht. Ja, es ist, ihr seid da reingewachsen. Es ist ja so groß geworden auch, euer Gesamtleben. Und es ist ja teilweise sogar so weit gegangen. Ihr hattet ja zum Beispiel auch schon mal, Kai Pflaume war ja, glaube ich, in eurer Wohnung. Ja, ja, stimmt. Also ich meine, es ist ja schon krass, oder? Also wie weit ihr mittlerweile, ja, reichweitentechnisch auch seid. Ja, also ich muss sagen, für mich ist das, glaube ich, noch einen Moment krasser oder heftiger, so diese Erfahrung, weil Thomas macht das ja nun schon so lange und er ist natürlich stetig gewachsen. Und dann fing das erstmal an mit kleinem Feedback. Na, dann kamen immer mehr Leute dazu und irgendwann stehen halt einfach Leute zwei Stunden an. Ja, er ist ganz anders reingewachsen, als ich, die das immer noch nicht fassen kann. Ja, weil ich bin ja nicht immer dabei und ich bin ja, er geht ja auch ganz viel auf Twitch und dann unterhält er sich da mit tausenden von Leuten. Und wenn ich dann mal dabei bin, denke ich, oh Gott, wie Wahnsinn einfach, wie viele Leute hier sind. Das sind ja. Und ich muss auch sagen, das Feedback von außen ist natürlich auch super witzig, weil so im Freundeskreis redet man ja, also man sitzt ja nicht mit Freunden zusammen und sagt, wie war es bei dir heute auf der Arbeit? Und deswegen ist das für die auch, also völlig unerklärlich. Also A, die, die es neu rausfinden und B, auch die es wissen, die sagen, also jetzt sag nochmal, also wirklich jetzt mit Lego. Wie geht das denn? Das kann doch gar nicht sein. Genau, richtig. Und das macht es natürlich dann einfach auch nochmal noch spannender für mich, da wirklich jeden Tag zu sagen, wow, wie konnte das passieren? Aber hättest du die Ambitionen auch, dass dein Kanal noch deutlich größer wird oder bist du in der Kombination so, wie es ist, jetzt zufrieden? Also mit dem Hauptjob auch, weil du sagtest ja, bist ja selbstständig oder könntest du auch dir vorstellen, dein YouTube-Kanal wird irgendwann auch mal eine Größe erreichen, dass du davon komplett irgendwie Einnahmen generierst oder so? Schwierige Frage, glaube ich, weil jetzt muss man ja auch sagen, wir sind ja nun auch keine 20 mehr, also ich bin ja kein reiner YouTuber, so im Sinne von, ich mache jetzt, ich laufe jetzt durch die Welt, erlebe Dinge und dann halte ich die Kamera drauf. Ich habe noch so ein extremes Sicherheitsgefühl und was passiert, wenn es nicht klappt, was ist, wenn ich mal krank bin und so richtig klassisch bringe ich da meine komplette Arbeitserfahrung mit und sage, boah, also YouTube kann einem natürlich schneller um die Ohren fallen oder um die Ohren fliegen, auch wenn mein Video nicht läuft. Also ich habe mal witzigerweise, denn ich bin ja in dem Bereich sehr stark unterwegs, Social Media und gucke mir natürlich auch Leute an, die da sehr aktiv sind. Da habe ich mal ein ganz tolles Interview gesehen mit einer der am längsten quasi vorhandenen YouTuberinnen, die dann sagte, also es ist schon heftig, wenn dann plötzlich ein Video nicht mehr die Klicks bekommt und dann denkt man sofort, oh Gott, jetzt macht mich die Community nicht mehr oder wenn jemand ein schlimmes Kommentar drunter schreibt oder so, ja. Und da habe ich mich sehr gesehen, da dachte ich, oh, das ist ja schrecklich, ja, also möchte ich damit leben, so mit diesem Thrill, will ich fast sagen, ja, wird das gut, wird das nicht gut. Und ich glaube, dass ich mich da noch sehr sicher fühle mit dieser kleinen Variante, ne, es gucken sich wirklich nur die Leute an, die mich mögen und ich bin auch nicht darauf angewiesen, dass sie es jetzt alle super finden und ich muss auch keine krasse Werbung für mich machen, was mir immer noch schwerfällt. Ja, ich sehe mich ja nicht als Influencer, gar nicht. Ist unglaublich, was die Leute da draußen schaffen, ne, ständig sein Gesicht in die Kamera. Ich mache das auch gern, aber wirklich nur, wenn es mir Freude macht. Also wenn ich keinen Bock habe, hört man von mehr Wochen einfach gar nichts. Genau, so, dann bin ich weg. Aber das, das kratzt dann weder an meinem Konto, noch an meinem Ego, noch an meiner Community, die sagen, oh Gott, die Steffi, die ist so wichtig, wo ist die hin? Sondern das ist so wie, ne, so wie eine gute Bekanntschaft. Weil man sieht es schön, wenn nicht, aber auch nicht schlimm. Ja, und die Leute freuen sich dann, wenn wieder ein Video kommt beispielsweise, ne? Genau. Was mir natürlich sehr bewusst ist, ne? Deswegen bin ich ja Profi, aber der Algorithmus, der mag mich natürlich nicht, so wie ich poste. Das ist ja, also das ist ja YouTubes persönliches Loch, in das ich falle. Plötzlich poste ich ein Video und dann wundere ich mich, dass das gar nicht ausgespielt wird, na sowas. Also deswegen sage ich diese YouTube-Job und ich meine, ich sehe das hier ja nun wirklich live an meinem Lebenspartner, wie viel Zeit da reingeht und auch wie viel, das ist ein echter Job und das ist ein Vollzeitjob. Und ich glaube, jeder kennt das von sich, dass auch gerade so Privatleben und Job ist bei ganz vielen Leuten, dass sie sagen, du kannst irgendwie nie was richtig machen. Ja, also die Leute, die so richtig gut in was sind, die müssen sich auch echt drauf konzentrieren, auf diese eine Sache und so auch über Leichen gehen und nach mir die Sintflut und so. Und da habe ich doch lieber meine drei, vier Optionen, auf die ich zurückgreife und ziehe da halt viel Spaß und Lebensenergie raus, als jetzt zu sagen, ich bin angewiesen drauf und da muss jetzt aber mal Kreativität jetzt hier auf den Punkt. Ja, vor allem ist es ja, wie du sagst, der Algorithmus muss ja permanent gefüttert werden. Ja. Sonst ist halt, ja, direkt die Reichweite weg. Genau. Mit der Selbstständigkeit, da hätte ich nochmal eine Frage. Mhm. Wie weit bist, also wie fühlst du dich denn in dem Bereich der Selbstständigkeit aktuell? Ist das, beziehungsweise wann hast du mit der Selbstständigkeit gestartet? Würdest du heute sagen, das ist schon so weit, dass du von deinen Projekten, die du dort im, ja, wie gesagt, Social-Media-Bereich und so machst, dass du da schon wirklich vollständig von leben kannst? Also bist du so ausgelastet damit? Tatsächlich ja, also ich habe mich 2019 selbstständig gemacht und der Bereich Social-Media ist für viele Firmen immer noch wahnsinnig kryptisch. Mhm. Warum jemanden, der das gut macht? Und es gibt immer mal wieder jemanden im Unternehmen, der aufpoppt mit der Information, hey, wisst ihr eigentlich, dass es Social-Media als Marketing-Tool gibt? Und, ähm, klar, dann, ähm, im Grunde habe ich das Glück, muss ich ganz klar sagen. Deswegen, Selbstständigkeit ist nicht für jeden was. Ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb. Mhm. Das heißt, ich kann natürlich auch meine eigenen Kunden akkurrieren. Mhm. Ähm, ich habe auch kein Problem damit, Firmen anzuschreiben und zu sagen, ey, das geht eigentlich besser, zum Beispiel mit mir, ne? Und, ähm, das heißt, Kundengewinn war nie das Thema und durch die Reichweite. Und das ist jetzt wieder was, was mir in die Karten spielt, äh, was auch dann einfach so, so einen wunderbaren, ähm, ähm, äh, Kreis ergibt, dass ich angesprochen werde, aktiv. Ja. Und das ist der absolute Luxus im selbstständigen Bereich. Also, klar, du sparst dir die Kaltakquise im, im Endeffekt. Genau, und es ist tatsächlich so, dass ich seit 2019, habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann auch einen Businessplan geschrieben und, äh, hab das also, alles ganz groß aufgesetzt und habe mir ein halbes Jahr gegeben. Das ist ja auch die Möglichkeit, da so einen Gründerzuschuss zu bekommen. Ja. Da habe ich gesagt, gut, dieses halbe Jahr nehme ich und, ähm, wenn es danach nicht klappt, dann kann ich immer noch wieder in die Festanstellung gehen. Mhm. Und in dieser Selbstständigkeit fühle ich mich so wohl, dass ich automatisch darin dann auch gut werde. Ja. Also, du gehst, du gehst auf schlussendlich, kann man sagen. Also, ich meine, wir nehmen jetzt heute Morgen einfach mal diesen Podcast auf und es ist, kann, das ist meine, das bestimme ich. Da muss ich keinen Chef fragen. Ja, ich muss das auch nicht irgendwie, äh, mit jemandem absprechen. Und auf der anderen Seite, äh, kann ich aber auch, wenn ich gerade, wenn mich die kreative Muse küsst, kann ich auch einfach am Wochenende, am Sonntagmorgen, äh, irgendein Konzept herausarbeiten für einen Kunden. Und das macht mir auch Spaß. Also, das ist nix, wo ich sage, oh, Kotz, Arbeit. Und ich glaube, dann wird man automatisch gut. Ja. Ja. Und es geht so weit im Prinzip, dass du, ja, denen zum Beispiel was mit YouTube erklärst, mit Twitch oder Instagram, wie man sich eben präsentiert. Du fährst also auch hin, du präsentierst wahrscheinlich auch mit den Leuten aus dem Marketing vermutlich oder aus dem Vertrieb, wie auch immer. Mhm. Also, ähm, ich muss sagen, aktuell ist es sogar so, dass ich, ähm, interimistisch in Selbstständigkeit eine komplette Marketingleitung, äh, habe. Okay. Ja, also, das heißt, ich bin auch wirklich im Operativen. Ich bin gar nicht als Berater, ähm, natürlich viel, klar, intern immer, dass man natürlich drüber spricht, aber nichts anderes wie, äh, ein Kollege, der sich mit dir austauscht, äh, dem du Fragen stellst. Und ich bin schon relativ tief in meinen Unternehmen drin. Das macht mir auch den meisten Spaß, weil von außen beraten, äh, das kann ja jeder, ne? Also, das ist ja Agenturgeschäft. Und deswegen sage ich auch immer, ich habe keinen Bauchladen. Ich habe noch nicht mal eine Webseite, auf der steht, was ich mache. Was ist das? Also, ne, sondern, ähm, ich, ich gucke mir an, wo ist der Schmerz irgendwo? Was, was ist das Thema des Kunden? Und dann gehe ich genau darauf ein und ich mache wirklich jedes Konzept wieder von null. Also, ich habe auch keine Vorlagen, sondern ich sehe den Kunden und dann plötzlich sehe ich die Lösung und sage, okay, das, das, das ist es. Da können wir hingehen. Dann kostet es manchmal noch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Aber da spielt mir natürlich dann meine eigene Erfahrung und, da will ich auch gar nicht lügen, äh, mein prominenter Partner total in die Karten. Weil, weil ich natürlich sagen kann, okay, also es funktioniert halt wirklich, ja, getestet für euch. Getestet für euch, live im Leben so ungefähr. Aber die, ähm, die Branchen, ist das, ist das so komplett breit gestreut? Also geht das jetzt, weiß ich nicht, von, von, ähm, Glas, Stahlindustrie auch in solche Bereiche? Oder ist das eher so IT-Unternehmen? Oder, äh, ist, ist völlig, ist wirklich völlig unterschiedlich. Und ich habe, und das ist eigentlich auch schade, weil hätte ich meinen Kunden im ähnlichen Bereich, würde ich sagen, hey, da habe ich schon, äh, ne, das fertige Konzept. Ja. Aber ich habe wirklich gestartet mit einem, mit Lebensmitteln. Mhm, okay. Ähm, dann habe ich, äh, weitergemacht mit der Unterstützung als Influencers. Mhm. Dann, ähm, ähm, ging das weiter über auch, äh, im Spielwarenbereich. Dann war das mal sowas wie, ähm, wirklich total witzig, ein, ähm, eine Software für Zahnärzte. Also gibt da eigentlich gar keine Grenzen. Ja, weil letztendlich, ähm, Werbung ist ja Werbung. Und, ähm, ich bin auch ganz dankbar über Social Media, weil sich der Begriff Marketing unglaublich gewandelt hat. Mhm. Weil es gar nicht mehr so richtig darum geht, zu sagen, wen wollen wir eigentlich ansprechen, wen wollen wir erreichen. Das ist so ein bisschen obsolet geworden. Ne, mittlerweile geht es ja wirklich darum zu sagen, nee, was haben wir denn zu erzählen? Was ist unsere Geschichte? Und dann werden uns die Menschen finden, die das mögen. Und letztendlich setze ich das ja auch für mich so um. Mhm. Also, also so gesehen dem, ja, dem Unternehmen ein, ein Branding geben und dieses eben, dass, dass sie sich also selbst präsentieren über bestimmte, ähm, Kanäle. Genau. Und auch, ähm, es gibt ja auch einfach in, äh, also, äh, Firmen, die stehen nicht gut da und dann holen die sich eine Praktikantin rein und sagen, mach mal drei Fotos, da stehen die dann auch nicht besser da. Nee. Es geht ja wirklich, ähm, das ist schon, das tut auch den Leuten weh, ne? Also, was ich mache und, äh, was ich denen dann als Aufgaben gebe, das, das finden die auch nicht gut. Also, ich bin jetzt nicht der Feelgood-Manager, der da reinkommt, sondern es ist echt eher so, oh nein, ja, da kommt die Steffi, die will wieder irgendwas machen. Jetzt wird alles umgebaut. Oh Gott, genau. Und die ist wieder, oh Gott, die ist wieder so gut gelaunt, die hat ihr Handy in der Hand, schrecklich. So, ja. Also, und das, ähm, brauche ich aber auch ganz extrem, um selbst dieses Unternehmen zu fühlen. Weil, äh, weil von außen das zu machen und zu sagen, Mensch, erzähl mir doch mal eine schöne Geschichte, die heute passiert ist, das ist schier unmöglich. Mhm. So, und, äh, ja, deswegen, also Selbstständigkeit klappt bei mir super. Ich weiß aber nicht, ob ich es andere empfehlen würde. Also, für mich ist es, das ist meine Antwort auf das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ja. Ja, du hast ja auch, ähm, auf deinem YouTube-Kanal mal ein Video über Selbstständigkeit, über Vermarktung gemacht. Mhm. Aber du würdest es den Leuten jetzt nicht direkt in die Hand legen und sagen, werdet alle selbstständig. Also, das definitiv nicht. Nein, nein, im Gegenteil. Also, ich glaube, das ist super typabhängig und was ich den Leuten immer empfehlen würde, ist so ein bisschen, ähm, schätzt dich ehrlich ein. Ja, bist du jemand, der morgens nur für den Wecker aufsteht, äh, wenn er weiß, dass der Boss auf Anwesenheitspflicht pocht? Mhm. Oder bist du jemand, der wirklich morgens sagt, oh, cool, heute habe ich echt ein paar Aufgaben für mich gesetzt, die sind richtig gut. Wie geht man mit um mit, ähm, Aufgaben, auf die man keinen Bock hat? Ja, nochmal, das ist halt ein Thema. Ja, gehört dazu. Aha. Und wie sehr ist man bereit, sich selbst zu verwalten? Weil da kann super viel schief gehen. Und man muss halt, ähm, Dinge tun, die einem keinen Spaß machen, ja. Man ist ja, ähm, ne, so wie in meinem Video, da, äh, habe ich das ein bisschen witzig dargestellt, aber, ja, ich muss selber akquirieren, ich muss selber Personalabteilung sein, ich muss selber Buchhaltung machen, steuern, ja, und, äh, so, das tut schon weh. Und dann musst du das aber trotzdem machen. Und es ist keiner da, der sagt, hier, Deadline, ne, weißt du, Freitag muss das drin sein, sondern du bestimmst deine Deadline. Ich würde dann auch lieber gerne Kaffee trinken gehen, aber ... Das ist da nicht drin, oder? Ne, genau, das ist nicht drin. Und dass man in der Selbstständigkeit tendenziell etwas mehr arbeitet, weil man, ja, ähm, an seinem eigenen Erfolg, man misst sich selbst, ja. So, man, man kann sich nicht hinsetzen und sagen, ja, Chef war ein schlechter Monat, weil. Sondern, äh, so, äh, das wär cool, aber das gibt's ja nicht. Und das müssen Leute einfach für sich wissen. Deswegen gibt's Menschen in Lebenssituationen, wo ich sag, du, ist doch schön, einfach diese Sicherheit zu nehmen, ne, mach deine vier, fünf Wochen Urlaub im Jahr, nimm dir die auch, schalt ab. Und so, das mach ich halt nicht, ich schalte nicht ab. Also, Selbstständigkeit oder auch YouTuber sein, das, es wirkt von außen immer schön und toll, aber ich glaube, viele Leute sehen gar nicht, wie viel unfassbar viel Arbeit das ist und wie man sich auch wirklich jeden Tag aufraffen muss, als wenn man eben seinen ständigen Job hat, wo man um Fio geht. Ja, das ist verrückt. Also, ich habe natürlich ein ganz anderes Feeling und auch eine Bewunderung für Leute. Also, viele, die da draußen sagen, hier, YouTuber, pff, das ist doch so ein funny Job. Ja, stimmt. Aber, ähm, trotzdem ist das unmenschlich viel Arbeit und auch, glaube ich, ähm, äh, Gehirnstress. Ja, also, nämlich genau dieses, okay, habe ich das jetzt richtig gemacht? Oh, nee, der Satz war nicht gut. Ah, mal nochmal drehen, warum ist der Ton ausgefallen? Also, erstmal diese Technik, technische Sachen. Und, ähm, ich sehe YouTuber, die auch selbst mit ihrer Arbeit nicht happy sind und das merkst du sofort. Oder wenn die halt einfach mal einen Tief haben, ja, so, die letzten zwei Jahre waren nicht für alle schön, bis du zu Hause bist. Du bist zu Hause gesessen, konntest nicht raus. Ähm, da hat man schon gemerkt und es gab ja auch einige, die dann offen damit umgegangen sind, dass sie gesagt haben, also, ich bin im tiefsten Loch ever. Ja, ich habe eine Depression oder was auch immer. Genau, genau. Also, das ist natürlich was und viele steigen ja, also, YouTuber, das sind ja oft sehr junge Menschen. Ja. Und, äh, ich sage dir, ich bin dankbar dafür, dass ich nicht mehr jung bin, weil, ähm, ich wäre auch voll in diese Falle getappt. Also, ich hätte auch gesagt, ach, ist das alles lustig und guck mal. Und dann hat man Fans und ach, witzig. Ja, und, ähm, zu Hause hätte ich damit mir nichts anzufangen können oder anzufangen zu wissen. Und das ist jetzt was anderes, ne? Wir gehen halt heim in unser, äh, in unser Erwachsenenleben. Das wollen wir schon lange haben. Das ist gar kein Unterschied. Vielleicht auch so ein bisschen für die Leute oder bei Thomas, wenn man es mal so bei euch sieht, der ist ja wirklich, ich sage mal, steht ja felsenfest auf dem Boden, ne? Ja, jeder Schritt wird gut bedacht. Da ist nichts, dass er abhebt oder so. Das passiert ja auch vielen YouTubern und dann ist auch der Fall relativ schnell da, ne? Ja, und das, da wird man ja auch unangenehm, ne? Also, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich in, äh, unserer Umgebung erzählen würde, dass wir, ähm, weiß ich auch nicht, äh, in der Bank arbeiten oder im Rewe, würde uns das auch jeder abkaufen. Also, da ist jetzt nicht so dieses, ja, das, das merkt man direkt, also der hat das da Allüren oder so. Gar nicht. Im Gegenteil. Also, ähm, das ist ein Job für ihn. Und, ähm, der ist gut, aber es ist nicht so, dass man dieses totale, also, dass man sich so hart in den Fokus zieht. Man weiß schon sehr genau, was den Leuten gefällt, natürlich. Ja, klar. Aber, ähm, trotzdem ist man ja, ist man ja schon ein ausgewachsener, fertiger Mensch gewesen, ne? Und, ähm, das, äh, ich hoffe, dass es da, ähm, in den nächsten Generationen, auch was diese Social Media angeht, ne? Ich meine gerade so TikTok und, wo viele junge Menschen sind, äh, dass ich, ich, ich wünsche denen wirklich, dass sie verstehen, dass, bloß weil sie da groß sind und, und viele Follower haben und so weiter, dass sie trotzdem an sich selber weiterarbeiten müssen, um, ne, so in der, in der Welt da draußen bestehen zu können. Ja, und sich nicht so zu sehr da drin verlieren, möglicherweise. Genau. Und auch, auch ein falsches Bild, äh, haben. Es gibt ja, es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die, die da ganz groß sind und ganz viel posten und wenn du die dann mal im, im Talk hast irgendwo, dann, äh, heißt, naja, also, ne, ich hab keine Beziehung, ich lebe allein und Hobby ist eigentlich auch nicht mehr so richtig. Auch nicht mehr. Genau, ist okay. Nur nur YouTube. Genau, und das, und das, äh, sehe ich natürlich als Gefahr, aber ich glaube, die ist ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr da. Also, wenn, wenn, wenn YouTube nicht mehr gut läuft, dann machen wir halt was anderes. Ja, machen wir was anderes. Ja. So, jetzt müssen wir noch mal so ein bisschen auf deinen Kanal eingehen. Ja. Und da ist ja unfassbar viel, äh, ja, an unterschiedlichen Dingen. Also, da haben wir Backen, da haben wir Tüfteln, da haben wir Fotografieren, da haben wir Tiere retten. Ja. Da haben wir Videopodcasts, da haben wir, äh, Steffs Allerlei, Lego bauen, äh, da haben wir Zaubern, da haben wir Gitarre, Yoga, Sexualtherapeut und wir haben Mathematik, ich glaube, die ist auch, äh, glaube ich, sehr bekannt bei YouTube, ja. Ja, ja, tolle Frau. Also, ähm, du scheinst es aber wirklich bewusst auch, äh, stark zu streuen, weil, die Themen. Ja, ähm, ich sage auch immer, und das ist das Schöne, wenn, äh, auch vielleicht noch mal auf die Frage, so, werde ich Vollzeit-Youtuber oder, ähm, möchte ich, ne, von, von diesem Bereich als Creator leben? Ich sage dir, wie es ist, ich habe kein Thema, also, kann über ganz viel reden, ja, ähm, ich habe mit allem Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, ich kann ein Instrument besonders gut oder wie Mathematik, ja, die, die sich darauf konzentriert, Thomas ist der Legoman, ähm, der Alexander, mit dem wir, äh, also der andere Alexander, mit dem wir auch einen Podcast haben, ne, der Zauberer, äh, der zaubert eben. Und ich mache, ähm, alles, was mir Spaß macht und das ist auch schwierig, weil da musst du Leute haben, die dich mögen, ne, und die, die egal, was ich mache, sagen, okay, cool einfach, ne, so, Steph hat sich was Neues überlegt, die freuen sich dann und deswegen, glaube ich, würde ich niemals mit dieser Weite und immer was anderes, würde ich da gar nicht die Leute bekommen, das, also, es wäre verrückt, also, dann, dann, ne, dann müsste ich aber an mir arbeiten, dann wäre ich die Brand und ich was kreiere. Also, also, der YouTube-Algorithmus sozusagen, wenn, wenn man so breit streut, gut, bei mir ist das ja auch ähnlich ein bisschen, ich bin ja auch nicht auf einen Themenbereich fokussiert, der, der YouTube-Algorithmus ist eher für fokussiertere Themen, kann man sagen. Ja, ich glaube, äh, man kennt das von sich, dieser stete Tropfen, dass, ähm, jemand, äh, ne, das ist ja schon in unserer Welt so, dass man irgendwo hingeht und sagt, okay, du kannst natürlich, ähm, ähm, zum, zum Markt gehen, da kriegst du ja das tolle Gemüse, du kannst aber natürlich auch in Rewe gehen, da kannst du auch noch eine Packung Nudeln einpacken, so. Aber die Profis für Gemüse werden die nicht mehr. Und, äh, ne, so geht man auch zum Schustern, der macht einem auch einen Schlüssel, so komische Kombo. Aber irgendwie, ähm, ist es schon so, wenn sich jemand auf etwas fokussiert, dass er dann schneller als Profi gilt, natürlich schneller Erfahrungen sammelt und man ihm auch schneller eine Meinung, ähm, und einen Tipp abkauft. Und ich glaube schon, dass die Leute YouTube immer noch anschauen, um auch nach dem Video irgendwie zu sagen, das, ähm, das hat mir jetzt was gebracht, was immer, ja, Entertainment, vielleicht mal eine Info, die sie brauchten oder vielleicht eine Motivation zu was oder, ne, ist egal. Und wenn man breit fächert und, ja, so wie auch bei dir beim Podcast, ne, dann, glaube ich, könntest du aber zum Beispiel, du kannst der Mann sein für, ähm, Leute mit, äh, unterschiedlichen, interessanten Themen, ne, so hier, hier gibt's alles. Aber würdest du dich jetzt konzentrieren, nur Leute einzuladen, um über Noppensteine zu sprechen, würdest du natürlich in der Community, in der Branche, ähm, könnte das schneller gehen. Dabei wirst du aber natürlich auch endlich mit, also da, da, da gibt's eine Deckelung. Genau, und irgendwann geht dir vielleicht auch der Content aus, oder bei, bei Finanzthemen, da gibt's ja auch beispielsweise viele. Auf der einen Seite kannst du dann total durchstarten, wenn du wirklich ein Thema fokussierst, auf der anderen Seite kann es aber, wie du auch sagst, dann kann es dir selbst langweilig werden, ne. Ja, oder? Also, wenn, wenn ich mir so Beauty-Influencer angucke, dann denke ich mir, wie viele Lippenstifte kann man haben, ne. Die man noch vorstellen muss, ne. Ja, genau, also so, hier, guck mal, diese Farben sind völlig unterschiedlich. Für wen? Nein, ne. Und das, da muss man ja dann immer sehen, ähm, dass man sich schon etwas sucht, äh, wo natürlich viel Potenzial noch liegt, äh, wo aber noch nicht jeder alles darüber gesagt hat und, äh, boah, das Thema wüsste ich bei mir nicht. Also, ich hab natürlich Herzensthemen, ne, das ist so, äh, mein Tierschutz, das ist mein Herzensthema, äh, das finde ich total super, da würde ich mega gerne durchstarten, aber da brauchst du halt auch Zeit, also. Ja, um dich da drauf zu fokussieren, oder? Ja, und es passiert halt nicht zu Hause im Wohnzimmer, ne. Nee, da musst du raus, äh, zum Tierschutzverein oder irgendwo in die Welt und gucken, wo wirklich diese Tiere sind, äh, das ist natürlich schon ein Aufwand dann, ne. Voll, also da, deswegen kann ich das, was ich so wirklich machen will, passiert oft draußen, weil ich werde auch kein, also bloß, weil ich hier mein Set vorstelle, ja, weil ich Lust drauf habe, hier von Lego oder von irgendeinem anderen Hersteller, ähm, ich hatte auch mal mit Fischertechnik was gemacht und so, die waren super happy mit dem Video, also die haben sich mega gefreut, ähm, aber das wäre nicht meins, also das wäre mir viel zu lahm. Ja, also selbst, selbst wenn die jetzt sagen, okay, da, du hältst das in die Kamera, du, man wird ja wahrscheinlich auch irgendwie was bekommen, beispielsweise, dass man das tut, weil davon leben ja die YouTuber am Ende, du, das würdest du nicht, nicht wollen, ne? Nee, das würde ich nicht wollen, ähm, ich, ähm, deswegen sage ich auch, dieses Werbung machen, da tue ich mich, also wirklich schwer, ähm, ich glaube, ich bin da echt noch so ganz klassisch, ja, so, ähm, so aus, aus, äh, so aus den 2000er, diese Fernsehformate, ja, wo man dann gesehen hat, äh, würden sie das ihrer besten Freundin empfehlen, ja, oh Gott, ne, da fing das schon an und ich bin schon so, dass ich Leuten das eher abkaufe, wenn sie das zum Beispiel im Doing haben, so im, ne, wenn, wenn ich von, von Influencern sozusagen, wenn ich irgendwie in 20 Storys immer wieder das gleiche Gerät sehe, dann denke ich, ja, okay, es muss halt wirklich cool sein, ne, aber wenn es dann einer so reinhält und sagt, nur jetzt, nur heute, 10 Prozent, oh, das ist schade gar nicht. Jetzt unten, wenn ihr jetzt unten klickt, verpasst ihr die und so, ja. Ja, voll, also das ist für mich richtig abturnend, da habe ich, das möchte ich nicht und dann sehe ich mich da auch nicht drin und die, ähm, Fischer-Technik zum Beispiel, äh, die hätten auch was gezahlt und das habe ich nicht gemacht, aber ich habe mir, ähm, das hätte zuschicken lassen, das habe ich auch gesagt, ne, und hab gemeint, also wenn ihr Bock habt, ich kann gerne für die Leute draußen da irgendwie einen Deal machen oder so, ne, das könnt ihr gerne mit reinbringen, weil ich die Firma einfach cool finde. Ja, ich mochte die richtig gerne, ich wollte sogar ein Interview von denen mit reinnehmen, aber haben die nicht geschafft, da waren die viel zu, oh Gott, was? Ja, genau, und das ist eher, was ich machen möchte, also ich möchte wirklich aus dem, was ich tue, Leuten Freude machen und mich irgendwie nicht daran bereichern, weil dafür habe ich immer noch meinen Job, also ich muss das nicht machen. Du musst es nicht machen. Ich muss nicht, genau. Die, die das machen, ähm, respektiere ich und, äh, habe ich Achtung vor. Also nackte Werbung machen, das finde ich richtig hart, das ist mein Endgegner. Ja, ist aber interessant, also das ist, aber ich sag mal, dann bleibst du auch wirklich authentisch auf deinem YouTube-Kanal mit all deinen Themen und, äh, die Leute, die dir folgen, die freuen sich halt, wie du schon gesagt hast, einfach drauf, dass Steffi wieder was, ähm, ja, gebracht hat, was auch immer es dann am Themen ist, ne? Ja, genau, genau, und das, ähm, das ist doch eine schöne Variante, aber klar, also reich werde ich damit nicht, also schlau ist das in dem Moment nicht, ähm, und deswegen kann ich aber auch einfach sagen, äh, nö, jetzt kommt erst mal Monate kein Video, äh, ist jetzt so. Ist einfach so, oder? So, und vielleicht mache ich nie wieder eins, so. Wie ist das denn, du hast ja auch, ähm, oder ihr, du, ihr habt ja auch die, die Katzen als Thema, als Teil eures Lebens, ähm, ist auch so ein bisschen Katzen-Content mal gezeigt, jetzt gibt's ja dieses Spiel, äh, Stray, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, wo man, glaube ich, mit einer Katze, ähm, durch die, äh, durch die Stadt läuft, und. Ja, genau, es ist ja, artkünstlerisch ist das ja absolut genial. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, zum Beispiel, vorm Rechner zu sitzen und, und das zum Beispiel zu kommentieren und zu zocken? Ja, also auf jeden Fall, also ich, ähm, war ja auch auf Twitch. Ach so, okay. Mhm, und habe, äh, tatsächlich, ähm, auch auf Twitch habe ich mich quasi selbst, wie soll ich sagen, ich habe nicht mich selbst geheilt, aber ich bin so ans Maximum gegangen, dass ich, ähm, am Ende bei so einer, bei Twitch gibt's so, ähm, kann man Dinge erreichen, ne, bestimmte, äh, bestimmte, äh, wie sag ich denn das, Stufen irgendwo erreichen, und es gibt eine Stufe, streame in 30 Tagen 25 Tage. Mhm. Und das habe ich gemacht, und danach bin ich gegangen. Also, äh, ich war so ein Jahr auf Twitch und hab, ähm, dann natürlich auch durch Thomas ja, um Gottes Willen, also ich möchte hier wirklich, äh, mich nicht mit fremden Fehlern schmücken, aber, ähm, da habe ich relativ schnell dann die Partnerschaft gekriegt, weil ich eben auch viele Zuschauer hatte, meine Community, natürlich auch von Thomas rüberschwappte, weil sie mich kannten, und sich dann gefreut haben, dass ich immer alleine da bin, und da habe ich dann auch immer so ein bisschen, so Animal Crossing oder Sims, also wirklich ganz entspannte, so Kinderspiele, ja, alles andere, ich mag so, also die, die klassischen Spiele, die mag ich gar nicht, die sind mir viel zu stressig, ja. Mhm. Und dann habe ich das so ein Jahr gemacht und hab da auch wirklich andere Formate reingebracht, viele so Talkrunden, wir haben unsere Haustiere gegenseitig vorgestellt, also, und da war gerade dieses Stray, ähm, wo das so kam und alle gesagt haben, das wäre doch eigentlich was für dich, und da habe ich gesagt, so, aber jetzt muss ich arbeiten, ich muss morgen um sechs aufstehen, ich kann jetzt nicht mehr twitchen, nee, geht nicht, geht einfach nicht mehr. Und deswegen bin ich auch auf Twitch gerade in einer Schaffenspause, aber wenn, äh, wäre das Spiel, glaube ich, auch das Erste, was ich anfangen würde. Mhm. Aber auch da ist es wieder ähnlich wie bei YouTube, wenn, dass die Leute das vielleicht auch so ein bisschen noch verstehen, also, wenn man wirklich mit Twitch, wenn man davon leben will, dann musst du Content bringen, ne? Ja. Machen, 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 machen. Es ist, ähm, wahrscheinlich vielen gar nicht bewusst, ne? Nee, und ich hatte, also in meinen, wirklich, ich hatte zwei, drei wahnsinnig gute Monate, aber die hätten mir zum Leben nicht gereicht. Nicht gereicht. Also, nein, nein, also, ähm, also ich sage jetzt mal ganz grob, du musst ja auch, ähm, auf eine bestimmte, Also, anders, du bist ja gezwungen, jetzt abzuliefern in dem Moment. Und das hat auch alles super geklappt, aber es gibt ja halt doch mal einen Tag, wo du sagst, also heute, ne, den Tag streichen wir mal aus dem Kalender, aber du hast ja trotzdem gesagt, dass du heute Abend dann live bist. Mhm. Und da fiel mir auf, dass ich mich doch ein bisschen auch verbogen habe für mich selbst und, äh, die Community hat es aber auch total verstanden, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, heute fühle ich mich gar nicht so wohl und ich bin auch müde. Und, ähm, da habe ich mir gedacht, boah, damit Vollzeit zu arbeiten und immer zu den Zeiten online zu sein, da verschiebt sich ja alles. Ja. Also, abends ist da was los, aber abends bin ich auch super gern einfach im Bett. Und da möchte man gar nicht dann zocken oder so, oder? Nee, und du bist ja auch nicht mehr, also, ne, so wie wir das jetzt machen, so morgens, das habe ich auch gemacht, oder mal tagsüber, das ging super, aber da kriegst du nicht die Leute zusammen. Mhm. Und, ähm, ich muss auch sagen, ich mochte Twitch auch wieder deswegen, weil man zuschauen kann, ohne etwas zu bezahlen. Mhm. Ich finde das wahnsinnig attraktiv, das ganze Konzept. Und wer aber was bezahlen möchte oder wer einfach den Streamer unterstützen möchte, der kann das machen. Und da bedanke ich mich dann auch dafür, aber ich heize nicht die Leute an, ich mache auch keinen Blödsinn, ja, ich färbe mir auch nicht die Haare, damit die irgendwie, das würde ich niemals machen, niemals. Und deswegen würde ich auch damit niemals reich werden, so bitter, ja, ich stehe mir vielleicht selbst im Weg. Ja, aber das ist ja vielleicht auch gut zu verstehen für Leute, weil die vielleicht solche Themen angehen und einfach so meinen, das kommt alles mal eben oder kann man zwischendurch mal ein Päuschen machen oder so, also, oder wie du gesagt hast, dass die Leute auch Depressionen kriegen, die gerade auch in diesen Social-Media-Bereichen sehr aktiv sind, also es ist alles nicht mal eben. Jüngere Leute werden es vielleicht jetzt sagen, ach, was reden die Älteren da, so ein Quatsch oder so, genau. Aber das ist ja, am Ende ist das so, es ist einfach wirklich, es ist pure Arbeit. Und dieser, dieser Promille-Bereich an Leuten, die da im Social-Media wirklich, ich sage mal, die Millionäre sind oder so, es ist ja ein Promille, wa? Nein, das ist ein Witz. Also, das, ich finde das auch wahnsinnig witzig, dass wir oder natürlich auch in Richtung Thomas häufig nachgefragt wird, wie werde ich denn YouTuber, wie werde ich Influencer? Und die Antwort, die ist so furchtbar, weil man muss sagen, fang an und hör nicht mehr auf, ne? Also genau wie jeder Job, fang das an, hau jede Woche raus, genau. Auf allen Kanälen, bewirb dich selbst, mach deine Marke und ich freue mich ehrlich, weil du das sagst mit dieser Schaffenspause. Im Sommer war das ein ganz großes Thema, wir machen Sommerpause. Oh mein Gott. Also, Hand aufs Herz, das können sich ein Prozent der Leute leisten und der Rest mit, auch gar nicht böse gemeint, aber gerade auf YouTube, wenn du so in so einem Bereich bist, ich sage mal bis, selbst bis 20.000 noch, wahrscheinlich bis 50.000, wenn du dann einfach sagst, nee, ich höre jetzt mal auf für vier Wochen, dann fängst du wieder bei Null an. Ja, ist nicht drin, wa? Nee, und das muss man auch wissen, dass man halt nicht sagt, oh, ich habe jetzt hier ein Jet-Leben, nee, eigentlich nicht. Also natürlich kann man dann, wenn das Geld kommt, coole Dinge erleben, aber dort, wo man die coolen Dinge erlebt, erstellt man auch Content. Und es gibt viele, die haben keinen Bock da drauf, ne? Die wollen auch Feierabend haben. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine gute Message so an die Leute, mal so ein bisschen, ist ja ganz, ganz cool so, dass wir mal jetzt sprechen, so dass, das kriegen ja Leute nicht oft mit, also bei Thomas sicherlich in manchen Videos schon, er hat ja auch oft gesagt, dass er seit Jahren den Laden im Prinzip ja auch hat, also er hätte ja im Prinzip auch ohne YouTube leben können, selbst wenn das Ganze nicht mehr da wäre, der Laden war noch da, es ist, ja, es hat eine gewisse Konsequenz auch vorher schon gehabt, die Jahre. Ja, absolut. Also ein, das ist, was ich meine, das kommt jetzt wirklich auf die Persönlichkeit an, aber ein Sicherheitsnetz zu haben, das macht einen natürlich auf der einen Seite mutiger, auf jeden Fall, aber man muss auch wissen, so wie du es sagst, dass das immer auch nicht klappen kann. Also kann sein, dass du ein Jahr YouTube machst und ich habe es gemacht, ja, also bin der, ich habe wahnsinnig viel Aufwand reingesteckt und der Outcome, der ist ein Taschengeld. Ist wirklich ein Taschengeld, ja. Ja, aber ist ja nicht schlimm, sondern es muss man wissen und dann hatte ich die Variante zu sagen, mache ich damit jetzt weiter mit diesem wahnsinnigen Aufwand neben meinem Job, der mir halt viel mehr Geld bringt. Oder lasse ich das. Genau, oder lasse ich es jetzt einfach mal sein und das ist überhaupt nicht schlimm eigentlich, weil, ne, so, wenn es ein Hobby nämlich bleibt, und man richtig, also es geht nicht darum, dass man nur am Hobby Spaß haben kann, man kann auch am Job Spaß haben. Aber wenn es ein Hobby bleibt, dann kann man viel ertragen, so, ne, wird nicht angeklickt, die Leute finden es doof, man kriegt ein dummes Feedback drunter oder so, dann denkst du dir, ja, ist ja nicht schlimm, so, ist okay für mich. Ja, das ignoriert man dann und wenn man das wirklich voll da drin ist, dann nimmt man sich wahrscheinlich auch sehr viele Kommentare zu Herzen, ne. Ja, ich glaube, man kennt das, also wenn man eigentlich in seinem Job denkt man ja, man sei gut und plötzlich sagt einem jemand, nee, das machst du gar nicht gut, das ist super frustrierend. Oh Gott, wer will, was, wer will das hören? Ja, aber so im Hobby, also wenn mir jetzt einer sagt, ja, einfach schlecht Tischtennisspiel, sag ich, du hast recht. So what ist halt so, oder? Genau, aber macht Spaß. So, und genau, also das ist schon mal unabhängig, ob jetzt als Message auch für Junge oder für ältere Leute, ist ein Job wie jeder andere, tatsächlich, aber er hat sicherlich einen hohen Spaßfaktor, besonders aber für die Leute, die es gucken. Also, ne, so, ich glaube auch nicht, wenn ich jetzt jemanden vom Fernsehen kennenlerne, sag ich auch nicht, wow, das ist ja voll den coolen Job. Oder wenn ich einen Leistungssportler, sag ich auch nicht, wow, cool, hey, super, du kannst den ganzen Tag Fußball spielen. Ja, weiß nicht, Job ist Job. Job ist Job. Man freut sich wahnsinnig, aber ist halt auch in Anführungsstrichen nur ein Mensch, ganz normal, ganz offen, gut und hat halt eben seit Jahren seinen Fernsehjob und ist halt, aber trotzdem jetzt nicht irgendwie, dass der Heiligenschein über ihm hängt oder so. Ne, ne, also genau, wir haben einen Tag verbracht, es ist wirklich ein ganz normaler Mensch, er hat natürlich auf Knopfdruck, kann der was, was wir nicht können, das ist einfach unterhaltsam sein. Ja, ist halt genial, also wenn man das wirklich mal so live trifft. Der Hammer, also ich habe auch meinen Fangirl-Moment gehabt und das, das war ja, wie gesagt, gerade in dieser prekären Situation in Deutschland mit Pandemie und so. Und ich saß zu Hause und habe mir gedacht, okay, die nächsten zwei Wochen sehe ich niemanden, weil ich treffe Kalb Pflaume, ja, wirklich keine, keine menschlichen Kontakte mehr. Ja, das muss klappen, ich habe mich ultra gefreut und der ist auch wirklich ein ganz lieber Mensch, total, auch, der ist auch einer, der, der schreibt auch eine WhatsApp so zum Geburtstag, das macht der. Ach krass. Ja, ja, und der, der ruft auch an, persönlich, also keine Agentur oder so, die das für ihn macht. Ja, macht der selbst dann. Das macht der selbst. Und klar, wir waren jetzt zum Beispiel im August, vor drei Wochen, waren wir auf der Gamescom und das ist auch, also klar kann ich da sitzen und sagen, das ist gerade mein Job, aber jetzt muss man immer sehen, a, unglaublich viel Spaß da vor Ort mit den Leuten zu sprechen und so. Und ich glaube, in dem Moment weiß ich dann schon zu sagen, das ist hier gerade mein Job, naja, vielleicht ändere ich das Ganze in, das ist hier gerade Mittel zum Zweck, denn ich verdiene auf der Gamescom ja kein Geld an diesem Tag, sondern ich treffe Leute, ich tausche mich aus, wir treffen andere YouTuber, ja, das ist toll, das kann für die Zukunft was wert sein, aber wenn da nichts rauskommt, hatten wir trotzdem einen super guten Tag mit null Euro Income. Ja, klar. Ich glaube, das merkt man dir und euch auch irgendwie so ein bisschen an, also ihr habt einfach Freude an dem Ganzen, was ihr macht. Ja, ganz schreckliche Menschen sind wir. Ja, aber so Negativ-Einstellungen zu haben, glaube ich, das ist wahrscheinlich eher selten bei euch, also ihr habt so eine, oder du auch so eine gewisse Ausstrahlung, dass das einfach immer alles positiv seht und wenn man zum Beispiel jetzt, ja, als Beispiel Kai Pflaume getroffen hat, dann sagt man sich, gut, das war einfach ein absolut schöner Tag, wir nehmen das mit und, ja, behalten das in schöner Erinnerung. Ja, voll und diese Kontakte und das mag ich am meisten, muss ich sagen, Thomas ist da nicht so, ich sage jetzt mal, der rennt ja nicht gerne draußen in der Welt rum, sucht sich andere Influencer und macht mit den Videos, ja. Er ist ja der klassische Stummbauker in seinem Studio, aber das ist schon, also wen wir da kennenlernen und was da wirklich für tolle Menschen hinterstecken, oder manchmal auch gar nicht, ja, also man hat auch Negativ-Erfahrung, aber dass man diese Menschen kennenlernt und sagt, du bist nicht einfach nur berühmt geworden oder hast eine große Community, weil du zur rechten Zeit im rechten Ort warst, sondern du gibst dir wahnsinnig viel Mühe oder du bist vielleicht ein toller Mensch oder hast tolle Themen oder eine Ausstrahlung. Und das ist halt auch was, das kannst du auch nicht lernen. Das hast du einfach, weil das ist so ein Karma, was irgendwie an dir ist. Ja, klar und dann bin ich natürlich in der glücklichen Situation, ich habe jemanden mit wahnsinnig viel gutem Karma und guter Ausstrahlung und wie soll man da schlecht gelaunt sein, ja, klar. Steckt an. Ja, sicher, muss, nein und die Momente, wo man dann wirklich mal sagt, man hat keinen guten Tag oder so, das ist absolut jammern auf hohem Niveau. Also da, ne, deswegen habe ich auch zu ganz vielen Menschen gesagt, die gesagt haben, hier, YouTube wäre cool, Twitch wäre cool, wie machst du das, wie machst du mit der Selbstständigkeit, dass ich sage, boah, also das musst du wirklich für dich selber lieben. Ja. Das kann ich dir gar nicht weitergeben, ne, für mich war es gut, aber auch aus, tatsächlich auch fast aus der Notsituation raus. Also ich habe mich nicht selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, ich will mein eigener Chef sein, ich bin eh viel toller, sondern eher einfach, weil ich gesagt habe, ich möchte so viel mehr arbeiten und ich möchte auch unterschiedliche Erfahrungen sammeln und in meinem Job konnte ich das nicht, das war mir zu eintönig. Und das war eher so der Grund, ne, und ich glaube bei Thomas war es auch, da kamen Leute und haben gesagt, wie ist denn dieses Set, was hältst du von dem Set und er hat gesagt, ich weiß nicht, wie blöd ist denn das? Und dann hat er gesagt, ja gut, dann packe ich das jetzt aus. Und bevor ich es halt jedem immer wieder erzähle, war ich einfach ein Video. Also eigentlich auch aus der Not geschuldet kam das. Und dann hat es sich einfach so ergeben über die Zeit und wie du schon sagst, er hat ein gewisses Karma natürlich dann auch da drin und dann ist es einfach dabei geblieben. Genau, zackprominent. Und dass es dann so groß geworden ist, gut, da hat er wahrscheinlich, oder ihr habt dann wahrscheinlich auch die ersten zwei, drei Jahre nicht damit gerechnet. Ich weiß nicht, gibt das so einen Punkt wahrscheinlich, wo man dann auf einmal merkt, jetzt geht da was. Ja, ich überlege gerade, ich denke, wir haben da unterschiedliche Ansichten. Also für mich sind auf jeden Fall die Punkte gewesen, das fing so vor einem Jahr bei mir an und mit ihm vor drei Jahren, dass Leute uns irgendwann kennen. Dass man angesprochen wurde. Ja, absurd. Absurd, ja. Also für mich vollkommen gestört und auch, ne, also frag alle meine Freundinnen, die lachen die Menschen aus, die sagen, was mit der Steffi? Ey, komm mal, cool, ja. Die sagen dann immer so, kannst du mir auch mal auf einer Serviette unterschreiben? Ja, komm, ey, ärgere mich nicht. Also das ist, das ist schon ein Moment, wo du denkst, cool, jemand bemerkt mich, aber auch sehr verstörend irgendwie, weil das passiert dir dann auch vor der Haustür. Ach, so weit geht das teilweise auch schon, okay. Ja, ja, ja. Aber gar nicht, also durch Zufall, ne, die laufen hier vorbei und ich weiß das, wir sind umgezogen und ich, ähm, ich sitze hier auf der Straße, ich habe den Kater rausgelassen und durch den Umzug habe ich ein bisschen beobachtet, wo der rumläuft und dann kommt einer vorbei, zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, ach, du bist die Frau vom Held der Steine. Oh Gott, Hilfe. Nein. Also, wie bitte, ja. Ja, ähm, und das, das ist dann, das geht dann schon in so eine absurde Richtung, die ich mir ja offensichtlich auch merke, ja, das ist über ein Jahr her, aber. Aber das bleibt im Kopf, ja, ja. Ja, das bleibt im Kopf und man denkt sich, huh, jetzt, das weiß ich ja, wo wir wohnen, wa? Ja, ich hatte mal einen im Interview, der hatte, ich glaube, so um die 50.000 Follower und, äh, also Thema ist Elektromobilität und, ähm, er musste tatsächlich sein Impressum von YouTube runternehmen, äh, weil den Leute bedroht haben, weh. Also es gibt, ja, ja, also es gibt, es gibt Dinge, manchmal ist es echt schon krass, weil und dann manche verschieben ja ihr Impressum dann auf eine separate Internetseite, weh, dass es nicht direkt bei YouTube drin steht. Ja. Und dann denke ich mir so, alter Schwede, weh, also bei 50.000 Abos und dann kommen solche Sachen teilweise schon, nur weil du irgendwie, weiß ich jetzt nicht, Elektromobilitätsfan bist oder so und wirst dann beschimpft oder bedroht. Verrückt. Ja, verrückt, weh, also. Verrückt, aber dem, dem hätte ich auch eine Geschichte zuzufügen, als ich mit unserem E-Auto zum Tierarzt fuhr und der Tierarzt durchs Fenster, ich meine, ich war mit meiner Katze da, ne, kranke Katze, so, und der Tierarzt fühlte sich aber genötigt, mit mir eine Diskussion über ein E-Auto zu führen. Und ich so, es ist einfach nur mein Auto, er will es ja nicht verkaufen, so, hier, Katze, ja. Also, kann ich mir schon vorstellen, wenn man ein Thema nimmt, wo die Gesellschaft jetzt nicht happy mit ist, dass man super schnell aneckt. Deswegen nur als Tipp für Leute da draußen, Noppensteine geht super, kann man nicht anecken. Genau, kann man nicht anecken, ist immer positiv. Genau, also, obwohl, ne, man kann natürlich jemand sein, der eine Meinung hat, die andere nicht haben, dann kommt man schnell wieder da rein. Das ist sicherlich dann auch so mein, ich sag mal, mein, ne, wo ich gesagt habe, mein Herzensthema, Tierschutz, ich glaube, da kannst du gut anecken. Also, ich glaube, da gibt es viele, die da gar keinen Bock drauf haben, dass man sie da aufklärt oder mit ihnen über Dinge spricht oder dann sagen, ja, ne, Tiere aus dem Tierschutz sind alle krank. Ah ja, okay, gut. Ja, kommt da so ein Vorurteilskommentar wahrscheinlich direkt unter dein erstes Video so ungefähr. Und dann denkst du dir auch, ja, komm, alles gut. Das muss man, glaube ich, dann einfach ignorieren. Genau, aber wenn man es als Job hat, natürlich, kann man es nicht ignorieren. Dann denk mal, beim nächsten Video hat man dieses Kommentar im Kopf und das ist ja richtig hässlich. Also, das macht einen ja auch kaputt. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das, gerade bei solchen Themen. Und wenn man jetzt bedroht wird, persönlich, stell dir mal vor, du machst dann dein nächstes Video über E-Mobilität und hast diesen Mensch im Kopf. Ja, der vielleicht schon wieder ankommt oder so. Ja, ja, und dann denkst du dir, oh Gott, jetzt ist der bestimmt, weil unter deinem Video, da können die sich ja benehmen wie die Hunde, ne, das ist ja, also, Wahnsinn. Ja, manche löschen, manche lassen es nicht zu, aber ich meine, gut, ab einer gewissen Größe hat man noch gar nicht mehr die Zeit, alles rauszufiltern oder so. Ja, und dann können die sich auch austoben. Genau, lässt man das einfach durchlaufen, es bringt ja sowieso nichts. Das stimmt, wie ist das bei dir? Das interessiert mich mal. Hast du auch, hast du schon dumme Kommentare gekriegt? Also, ich hatte ja bisher nur ein Video oder einen Podcast, der wirklich in Anführungsstrichen viral gegangen ist, mit dem Holger Laudelei. Ja, klasse, sehr guter Podcast. Ja, der hat halt über Photovoltaik gesprochen und da waren auf einmal 15.000 Aufrufe jetzt mittlerweile. Da habe ich halt auch gedacht, wow, was geht hier, oder? Ja, aber nice. Glückwunsch. Also, das ist ja cool. Also, erstmal freut man sich ja wahnsinnig darüber. Eine Reichweite ist erstmal nichts Böses. Also, erstmal was sehr Schönes, was sich cool anfühlt. Ja, und man muss natürlich auch sagen, der Holger ist natürlich auch so jemand, der ist extrem bekannt in dieser Szene. Der kann gut erzählen, ist einfach lustig, wenn er erzählt und die Leute hören ihm gerne zu. Aber da hat es halt auch Kommentare reingeprasselt das erste Mal. Ich glaube, mittlerweile, weiß ich nicht, 80 Stück und knapp 400 Likes oder so. Aber da waren auch teilweise dann Kommentare dazwischen, weil so irgendwie, ja, alles Photovoltaik und diese ganze Erneuerbare und Autarkie, alles Quatsch und so, weil funktioniert sowieso nicht. Aber nicht so, dass es jetzt extrem böse geworden ist oder so. Also, das jetzt nicht. Aber da gibt es den einen oder anderen Kommentar, da habe ich dann kurz ein Herzchen gemacht, wo es schön war und alle anderen habe ich ignoriert. Ja, so mache ich das auch. Ja, nur ich stelle mir dann natürlich vor und ich bin ja wirklich noch winzig mit meinen, ich sage mal jetzt 330 Abonnenten, wenn ich jetzt wirklich als Beispiel 10.000 oder 15.000 Abonnenten habe und dann prasselt es dir wirklich auf all deinen Videos mit Kommentaren rein. Also, ich kann mir das vorstellen, wie du sagst, das muss man echt managen können, oder? Ja, also, ich habe für mich übrigens da auch keinen Tipp und keinen Weg. Ich kann dir nicht sagen, wenn ich einen super guten Tag habe und jemand schreibt runter, ah, da ist ja wieder die weibliche Kopie vom Helden, dann denke ich mir, ja, komm, weißt du, dann ist das so. Da möchte ich immer sagen, also A, der Held ist super, B, ich habe das ganz allein gedreht, das Video und C, der Thomas und ich, wir kennen uns zwölf Jahre, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ähnlich wir uns sind. Ja, also, ne, setzt euch mal hin, ich erzähle euch was, Kinder. Aber an anderen Tagen denke ich mir, oh, nö, jetzt war ich wieder nicht authentisch genug. So, blöd. Ja, aber es ist ja echt interessant, weil ich meine, die Leute kennen euch ja nicht in dem Sinne und das ist ja wirklich so vorurteilhaft zu sagen, die nimmt jetzt da seine Reichweite mit, so ungefähr. Da ist sie wieder. Ich meine, das ist ja schon irgendwie böse, finde ich. Und das wird ja auch dir oder dem Menschen nicht gerecht. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, und da stimme ich teilweise zu und da gehe ich auch offen mit um. Also, das ist natürlich alles für mich ein extremer Door-Opener. Was ich dann abliefere, das steht auf dem anderen Blatt. Ne, also, aber trotzdem ist es immer überall in der Welt, privat und beruflich, ey, nutzt das Vitamin B, warum nicht? Also, da bin ich mir auch nicht zu schade für, zu sagen. Jeder würde es tun, ja. Genau, also A, jeder würde es tun und B, aktuell tue ich es ja zum Beispiel nicht. Ist eigentlich doof. Also, ich hätte jetzt auch den absoluten Schaut euch Thomas privat an Kanal eröffnen können, damit hätte ich bestimmt Geld verdient. Aber es ist halt nicht, was mir Freude macht. Nur wenn ich dann ein Set vorstelle, klar, Lego, ich mache ein One-Take. Ich behaupte sogar, dass es bei anderen Noppenstein-YouTubern dann auch drunter steht. Weil einfach jeder, den Thomas kennt, wie er da sitzt, wie er in seinem One-Take 15 Minuten sarkastisch auch oft mal etwas vorstellt. Und sobald das jemand anderes tut, bist du dann halt die Kopie. Ja, oder als Beispiel, ich meine, klar, es wachsen auch ohne Ende Lego- oder Noppenstein-Kanäle bei YouTube. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, oh, da kommt der nächste Thomas oder so, nur weil der jetzt mit dem was drehen will. Ich meine, es ist doch völlig normal, dass derjenige mit dem Größten, der auf YouTube ist, drehen möchte. Was ist da dran unfair, weil jeder würde es tun, wenn er in dieser Rolle des YouTubers wäre. Ja, total. Und ich meine, also A, muss es ja immer mal ein Blueprint geben. Das ist, einer war immer der Erste. Einer ist immer der Größte in dem, was er tut. Und jetzt, wo wir hier uns im Podcast treffen, also ich selber höre auch Podcasts für mich an. Gar nicht nur unseren. Unseren witzigerweise gar nicht, da war ich ja dabei. Aber trotzdem kann ich natürlich nicht das vergessen, was ich da höre. Und ich nehme da auch ganz viel für mich mit. Also ich finde Dinge schön aus einem Podcast. Da sage ich, oh, das würde ich gerne adaptieren. Oder ich meine, ich laufe über die Straße und ich sehe eine Frau in irgendeiner Farbe und denke, oh, das ist ja eine schöne Farbe. Die brauche ich aber auch mal als Klamotte. Also jeder ist ja für uns irgendwo, wo wir was abschauen, das ist ja auch total erlaubt. Ja. Also finde ich, aber deswegen denke ich immer, also an manchen Tagen nervt mich das und dann denke ich mir wieder, verlässt es mich gar nicht, wo ich sage, ja, Captain Obvious, natürlich, ist da kein Problem. Aber ist das, ist das Neid? Glaubst du, das ist Neid? Neidgesellschaft oder? Ich glaube, mit Sicherheit, ich finde es mir auch immer schwierig, es pauschal auf Neid zu schieben. Ich muss sagen, am Anfang, als ich mit Thomas überhaupt online ging, da hatte ich ganz anders zu kämpfen, denn die Männerdomäne fühlte sich plötzlich von mir angegriffen. Also die wollten, die wollten ihren, ihren Star, den wollten die alleine und plötzlich war da diese Frau dabei und die Themen änderten sich vielleicht mal. Ne, und dann war das ganz oft so, ja, sei nicht böse, aber wenn die dabei ist, will ich das heute nicht angucken. Okay. Schon krass. Oder immer so, ha, ist das deine Schwester? Ihr seht doch so ähnlich, das ist bei uns der Running Gag. Also wir sagen ja immer, ich bin seine Bewährungshelferin, muss immer aufpassen. Aber nee, das sind dann so Sachen, ich weiß gar nicht, ob die nur aus Neid sind, ob die sagen, oh, ich würde jetzt auch gerne neben dem Thomas sitzen. Ja, es tut mir leid für alle, ja, das ist echt bitter, ich darf, ich weiß. Aber auch die andere Sache, ja, also Neidgesellschaft, ich glaube, jemandem was zu gönnen, funktioniert natürlich am besten, wenn man es selber sehr schön hat. Und wenn man gerade echt irgendwie in einer blöden Situation ist oder mit sich selbst unzufrieden, hat man schneller natürlich Neid auf andere oder gönnt denen was nicht. Und das sind ja arme Personen, also ich muss ja dann immer sagen, wenn es dir mit der Beleidigung jetzt besser geht, dann packst du dir ein, ne, pass auf. Die Frage ist, muss ich quasi die Wand sein, die das aushält? Ja. So, weiß nicht. Ja. Ja, Steffi, dann sind wir jetzt schon bei einer guten Stunde angelangt. Ja, cool. Also die Zeit, die Zeit, die rannte jetzt doch. Ja, dann würde ich vielleicht noch mal dich kurz fragen, wie sind denn so die zukünftigen Pläne? Kannst du was verraten? Oder ist es so, wie du gesagt hast, es geht mit der Selbstständigkeit weiter und dein YouTube-Kanal wird ebenso peu a peu, wie es dir praktisch gerade passt mit Inhalt gefüllt? Oder gibt es noch irgendwas, ja, Spannendes, irgendeine Sache, die du verraten kannst? Oh Gott, ich würde hier so gerne was droppen, ja, wir tun einfach so, wenn wir das vermarkten, so, ey, die Steffi enthüllt Zukunftspläne, ja, und dann am Ende kommt raus, alles bleibt. Also zum einen, die Selbstständigkeit wird bleiben, denn das ist, wie gesagt, mein Job und ich muss genauso wie andere leider Rechnungen zahlen. Sehr, sehr anstrengend. Keiner, keiner findet mich wichtig genug, um mir das zu schenken. Da würde ich gerne hin, ja, das wäre mein Ziel. Nee, aber andernfalls, ich glaube, es wird tatsächlich wieder mehr von uns geben. Wir werden auch wieder ein bisschen mehr unterwegs sein. Das ist auf jeden Fall geplant. Wir haben jetzt so ein bisschen, vor allem in meinem Bereich, ich sage mal ein bisschen entspannt, aber mich kribbelt es wieder ein bisschen. Also ich war eigentlich kurz davor schon wieder auf Twitch durchzustarten, habe dann aber doch gesagt, was ist, wenn ich nicht bleiben kann, das ist auch blöd. Aber ich sehe eigentlich ganz klar, je kälter das wird, die Blätter fangen anzufallen. So mehr zieht es ein Richtung Computer. Genau, desto mehr zieht es ein vor den Computer und dann möchte ich vielleicht einfach hier sitzen und sagen, komm, lass mal als Katze durch die Stadt laufen. Mega. Also das möchte ich wieder machen. Also Twitch ist bei mir auf jeden Fall wieder ein Thema, sehr häufig in den Gedanken und ich fange auch schon wieder an, Sachen einzurichten. Das wird kommen und wenn es erst mal nur einmal die Woche ist, aber auf jeden Fall. Und ich werde auch sicherlich mal wieder Videos drehen, die aber in eine ganz andere Richtung gehen, denn das Thema, das ich dauerhaft habe, ist ja doch mein Job. Da dachte ich, na, vielleicht ist das ja doch mal was Cooles so mit meinen Kunden. Ich meine, ich habe auch namhafte Kunden, ja, vielleicht da mal ein bisschen was zu machen. Interviews möglicherweise. Genau, genau. Das wird natürlich sicherlich erst mal ein bisschen viel Business, aber auf der anderen Seite wird es das mit mir eigentlich nie. Und ich glaube, das wird Spaß machen. Und da schaue ich gerade so für mich, ohne zu viel Gedankengut reinzulegen, was mir viel Freude macht. Und weil du es angesprochen hast, zum Beispiel nochmal ihr Shoutout an die liebe Susanne von Mathematik, die mittlerweile eine super gute Freundin ist und ich mir vorstellen könnte, dass ich mit der auch einfach mal eine schöne Wanderung mache und wir uns filmen, wie wir Kühe streicheln. Ja, also es wird kommen, wenn man wieder mal ein bisschen, ich möchte mal sagen, wenn sich das draußen alles mal ein bisschen ebnet wieder. Ja, das klingt positiv und ich glaube dann, ja, also ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht mit dem Interview und vielleicht wird deine Community dich auch ein bisschen dadurch näher kennenlernen können jetzt. Also ich hoffe, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen. Bestimmt, aber du hast die Latte sehr hoch gesetzt. Ich habe gesagt, ich kriege nicht viele Anfragen. Ja, das war hier alles perfekt vorbereitet. Ich bekam einen Link, den einen Termin ich abgesagt habe, war gar nicht schlimm, nur alles Happiness und jetzt wurde es aufgenommen. Jetzt werde ich das natürlich verbreiten wie verrückt und hat mir super viel Spaß gemacht, war richtig, war toll, danke dafür. Ja, gerne, hat mich gefreut, dass du da warst. Ich, ja, ich hoffe, dass ihr, du, dass ihr so bleibt, wie ihr seid, also mit eurer positiven Art und wie ihr das ausstrahlt. Und ja, ich kann dir eigentlich nur alles Gute wünschen und ja, vielleicht bis bald. Das wünsche ich dir auch und ich hoffe bis bald. Ich werde beobachten, wen du so als Gesprächspartner hast und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen beisteuern, weil finde ich super, was du machst. Also richtig toll, entspannt, schön. Dankeschön, alles Gute dir. Alexander, dir auch, danke. Musik 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 Musik